Die vier Grundlagen der Achtsamkeit Die buddhistische Lehre nennt vier Grundlagen der Achtsamkeit. Vier Bereiche, in denen der Mensch seine Aufmerksamkeit schulen kann. Die Körperwahrnehmung, die Gefühle, die Gedanken, das Erleben der Gedanken, und die Gedankenmuster, die Inhalte der Gedanken. Körperwahrnehmung, die erste Grundlage der Achtsamkeit. Unser Körper ist das Haus, das der Geist bewohnt. Die Art und Weise, wie wir uns im Körper zu Hause fühlen, bedingt unser Zuhause sein in der Welt. Der Körper ist unser Anker im Hier und Jetzt. Wir können nicht spüren, was gestern war, und wir können nicht spüren, was morgen sein wird. Der Körper lebt nur in der Gegenwart. Er kennt keinen Zweifel. Er hat immer Recht. Erfahrungen, die das Denken zersplittert, fügt der Körper wieder zusammen. Die Signale des Körpers sind reiner Ausdruck der Gegenwart. Doch das Verständnis für die Körpersignale müssen wir uns erst aneignen. Die komplexen Empfindungen im Körper wirken auf viele Menschen sehr irritierend. Es scheint oft schwierig, kranke und gesunde Regungen voneinander zu unterscheiden. Was mache ich mit dem Grummeln im Bauch, mit dem geschwollenen Gelenk, dem Zucken in den Augenlidern? Brauche ich ärztliche Hilfe oder kann ich diese Körpersignale so feinfühlig deuten, dass sie dadurch gelöst werden? Zum Deuten von Körperempfindungen brauchen wir sehr viel Erfahrungswissen, das wir aus dem achtsamen Umgang mit unserem Körper gewinnen können. Manche unserer Sinnesorgane, wie die Augen oder die Ohren, sind auf die äußere Welt ausgerichtet. Mit dem propriozeptiven Tastsinn nehmen wir die innere Welt wahr. Mit seiner Hilfe spüren wir, ob der Magen voll ist, ob sich die Lungen füllen und welche Muskeln angespannt sind. Sie trainieren ihre Körperwahrnehmung dadurch, dass sie in allen Lebensumständen innere und äußere Sinnesreize bewusst erleben. Körperwahrnehmung bedeutet unablässiges Forschen. Der Körper ist ein Abbild unserer Erfahrung. Der menschliche Körper hat fast 700 Muskeln, die auf Befehl mit Anspannung reagieren und uns dadurch unsere individuelle Form geben. Der Körper spiegelt wieder, was uns im Laufe unseres Lebens widerfahren ist. Der österreichische Psychoanalytiker Wilhelm Reich nannte das unseren Muskelpanzer. Körpertherapeuten können ganze Lebensgeschichten aus dem Muskelpanzer ablesen. Achtsame Körperwahrnehmung hilft uns, Denkstrukturen über die Wahrnehmung der körperlichen Empfindungen auf die Spur zu kommen. Je früher wir das Grummeln im Bauch entdecken, desto schneller können wir auch das Denken erkennen, das dieses Bauchgrummeln auslöst. Dahinter können zum Beispiel überhöhte Ansprüche oder nagender Ärger stehen. Rückenschmerzen weisen uns ebenso auf Belastungsgrenzen hin, wie juckende Augen oder geschwollene Handgelenke. Gefühle sind eine Mischung aus Gedanken und körperlichen Energien. Daher ist das Erleben von Gefühlen eine höchst komplexe Angelegenheit. Gefühle beginnen damit, dass wir eine Erfahrung in angenehm oder unangenehm einteilen. Daraus ergibt sich eine Reaktionskette von körperlichen Empfindungen und Gedankenbewegungen, die wir dann Gefühl nennen. Ein Ziehen in der Brust, eine leichte Kontraktion im Mund, ein Ausstrecken der Arme, verbunden mit dem Gedanken, hätte ich doch endlich, ergibt zum Beispiel das Gefühl von Sehnsucht. Zusammengebissene Zähne, Herzklopfen, schneller Atem, feuchte Hände und starre Schultern, verbunden mit vielen Gedanken von Abwehr oder Ärger, dieses Erfahrungsmuster können wir Wut nennen. Bereits als Kinder lernen wir von Eltern und Umgebung, welche Gefühle wir wie und wann ausdrücken dürfen. Als Erwachsener vergleicht man sich dann mit anderen und stellt fest, ich spüre wohl zu wenig Gefühle oder ich werde von meinen Gefühlen überwältigt oder bestimmte Gefühle spüre ich zu stark, andere gar nicht. So entsteht das Bedürfnis, die eigene Gefühlswelt besser kennenzulernen und zu verändern. Auch im Vergleich mit anderen Kulturen können wir einen unterschiedlichen Umgang mit Gefühlen erkennen. Was bei uns an Gefühlsmimik üblich ist, wird beispielsweise in Japan missbilligt, da könnte ein ängstlicher Gesichtsausdruck schon bedeuten, dass man sich blamiert und somit sein Gesicht verloren hat. Es gibt also kein Muss, kein richtig und falsch im Erleben von Gefühlen. Jedes Gefühl möchte im individuellen Kontext einer Person und Kultur verstanden werden. In vielen Lebenssituationen brauchen wir die Fähigkeit, ein Gefühl einfach nur wahrzunehmen, ohne es sogleich in Handlung umzusetzen. Wie oft wird im Gespräch mit einem Fremden in uns Ärger wach? In den meisten Fällen ist es unangemessen, jemanden mit dem eigenen Ärger zu überhäufen. Stattdessen versuchen wir lieber zu verstehen, was in uns den Ärger auslöst und wie wir diesem Gefühl Beachtung schenken können, ohne es sofort auszuagieren. Vielleicht bemerken Sie plötzlich, dass bestimmte Gesten des Fremden Sie an den eigenen Vater erinnern, der Sie in Diskussionen nie hat zu Wort kommen lassen. Vielleicht reagieren Sie allergisch auf eine Formulierung, die Sie schweigend und widerstrebend am Tag zuvor im Gespräch mit dem Vorgesetzten geschluckt haben. Nicht jedes Gefühl, das wir empfinden, muss in eine Handlung umgesetzt werden. Häufig ist es sinnvoll, einem Gefühl erst inneren Raum und Zeit zu schenken, es kennenzulernen und mit den eigenen Absichten abzustimmen, bevor man aus einer bewussten Entscheidung heraus zu Taten schreitet. Gedanken – die dritte Grundlage der Achtsamkeit Ob wir es wissen oder nicht, unser Verhalten wird von unserem Denken geprägt. Wir tun das, was wir für richtig halten, was wir aus Gewohnheit kennen und woran wir glauben. Unzählige Entscheidungen treffen wir, ohne groß darüber nachzudenken, woher sie kommen und wohin sie führen könnten. Gedanken haben uns im Griff. Meistens merken wir nicht einmal, dass wir denken. So wie das Sinnesorgan Nase das Riechen ermöglicht, so bedingt das Sinnesorgan Geist das Denken. Während Emotionen aus einer Mischung von geistigen und körperlichen Prozessen entstehen, sind Gedanken der klassische Ausdruck des Geistes. Mit dem Denken überwinden wir das Gebundensein in Raum und Zeit. Es entführt uns aus der Gegenwart in imaginäre Welten. Gedanken erzeugen Vergangenheit und Zukunft. In der buddhistischen Lebensweise ist es eine essentielle Aufgabe, kontinuierlich in den gegenwärtigen Moment die sinnliche Erfahrung im Hier und Jetzt zurückzukehren. Gedanken locken uns fort. Wir träumen uns nur zu gerne in die Zukunft hinein, weil wir glauben, dass sich dort erfüllt, was jetzt unbefriedigt bleibt. Oder wir leben in der Erinnerung an die Vergangenheit. Etwas hält uns fest im Gestern, gute oder schreckliche Erfahrungen lassen uns einfach nicht los. Wie Spinnweben hüllen die Gedankenmuster uns ein. Sie verhindern, dass wir Chancen in der Gegenwart ergreifen. Mit diesen Gedankenmustern meine ich jedoch nicht gezieltes, bewusstes Denken, wenn wir etwa über Fehler in der Vergangenheit nachdenken, um sie nicht zu wiederholen, oder konkrete Pläne schmieden und auf diese Weise die Zukunft visualisieren. Dieses wache Denken weiß, dass Leben nur im Jetzt stattfindet. Sobald wir aber bemerken, dass träumerische Gedanken uns aus der Gegenwart entführen, sollten wir immer zum bewussten Empfinden des Körpers zurückkehren. Gedankenmuster Die vierte Grundlage der Achtsamkeit Die vierte Grundlage der Achtsamkeit betrifft sich wiederholende Gedankenmuster. Ein Gedanke kommt selten allein. Glaubensvorstellungen, Vorurteile, Einstellungen, Meinungen, Assoziationsketten zu bestimmten Personen und Themen in unserem Leben wiederholen sich immer zu und bestätigen sich stets selbst aufs Neue. Von manchen Gedankenmustern wissen wir schon von vornherein, dass sie unwahr sind, doch wir denken sie trotzdem weiter. Der alte Sufinar Nasruddin, von dem die abenteuerlichsten Geschichten erzählt werden, prallte vor seinen Freunden in der Teestube. Ich kann im Dunkeln sehen. Wenn das wahr ist, sagten seine Freunde, stellt sich die Frage, warum wir dich denn manchmal nachts mit einer Kerze umherlaufen sehen. Nasruddin erwiderte, ich benutze nur deshalb ein Licht, damit die anderen Leute mich nicht umrennen. Solche Argumentationen kennen Sie sicher auch von Freunden und Nachbarn. Nur bei uns selbst bemerken wir sie nicht. Wir sind so eng verwoben mit unseren Gedankenmustern, dass es viel Achtsamkeit braucht, um unser Denken zu erkennen. Je weiter wir in der Achtsamkeitsübung vorankommen, desto eher ist es möglich, Gedanken loszulassen, sie nicht weiterzudenken oder auch sie durch angemesseneres Denken zu ersetzen. Drei In der Achtsamkeitsungsverän extent Untertitelung des ZDF, 2020